Moin moin und hallo! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Motorkode auslesen könnt. Ohne Gerät, einfach so an eurem Kombi-Instrument vom Audi A3 oder S3. Wir können, wenn wir jetzt schon mal gerade hier sitzen, auch noch unseren Motorkode herausfinden. So, Zündung ist eingeschaltet. Wir gehen jetzt an unseren vorne, hier Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsfreund und hier ist die 00 Taste. Wir drücken die 00 Taste und halten sie für circa 15 Sekunden gedrückt, dann werdet ihr gleich sehen, dass hier anstatt die Gesamtkilometeranzahl gleich der Motorkennbuchstaben kommt. Dieses Fahrzeug hat den Motorkode CJZA. So könnt ihr nämlich dann auch noch ermitteln und vor allen Dingen bei der Ersatzteilsuche könnt ihr noch ermitteln, welchen Fahrzeugcode der Fahrgestellnummer ihr habt und welchen Motorkode ihr aufweist. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so und so und.